Das leichte, tragbare Röntgensystem Leonardo Leonardo DR Nano ist für Röntgenuntersuchungen zu jeder Zeit an jedem Ort geeignet. Leonardo DR Nano ist hochportabel. Das kabellose System eignet sich perfekt für den Einsatz in Sanitätsdiensten mobiler Krankenhäuser, Ambulanzfahrzeugen, der Homecare-Nutzung, maritimen Einsatzgebieten, Pferde- und Gemischpraxen. Das handliche Röntgensystem besteht aus zwei Komponenten. Einer Tragetasche, die auch als Rucksack getragen werden kann und alle relevanten Komponenten enthält. Und einer Zubehörtasche, die am Einsatzort nicht benötigt wird und daher in der Regel im Fahrzeug verbleibt. Das Leonardo DR Nano ist mit vorhandenem Standardzubehör sofort einsatzbereit. Das Gewicht der Tasche mit Rucksackfunktion beträgt rund 10 Kilogramm. Sie ist strapazierfähig und leicht zu reinigen. Alle Komponenten sind passgenau verstaut. Es können kabellose Röntgendetektoren verschiedener Größen zum Einsatz kommen. Der Detektor ist in der Tasche schlagfest vor Umwelteinflüssen geschützt. Robustes Dämmmaterial sorgt für den sicheren Transport aller Komponenten. Hier befinden sich DVD-Laufwerk, Zubehörkabel, DVD-Laufwerk, Weiterhin finden die Maus und Ersatzakkus für den Detektor ihren Platz. Der Laptop ist in unterschiedlichen Versionen wählbar. Die Akquisitionssoftware überzeugt durch eine intuitive Bedienoberfläche. Ihre Funktionalität wird in unseren Online-Videos und Broschüren erläutert. Ein paar einfache Handgriffe genügen und das Gesamtsystem ist mit vorhandenem Standardzubehör betriebsbereit. Vielen Dank für Ihr Interesse am Leonardo DR Nano. Erfahren Sie mehr auf unserer Internetseite und in der Broschüre, die als Download für Sie bereitsteht. www.öhm-rehbein.de Öhm und Rehbein Die ganze Sicht der Dinge www.öhm-rehbein.de www.öhm-rehbein.de www.öhm-rehbein.de